Jetzt ist es so, dass hier ständig mehr Umsätze und mehr größere Zahlen schreiben. Gibt es da irgendwo ein Ende oder glauben Sie, es geht ewig so weiter? Naja, wir sind nicht weit vom Ende weg, denn das Messegelände ist komplett ausgebucht. Das heißt, wir haben auch keine Möglichkeit mehr zu expandieren. Auch die Preissituation ist für uns schon eine verantwortungsvolle. Da wollen wir nicht ins Uferlose ausschlagen. Also, wir sind schon in einer Liga, in der nicht mehr viel Luft nach oben ist.